Hi, hier ist Daniel von Motiviert Studierenden. Heute habe ich einen großartigen Gast, mit dem ich über sein Jura-Studium reden werde. Es ist Philipp Amthor, Mitglied des Bundestages. Er hat Jura in Greifswald studiert und ich finde, er hat die beste Methode, um der AfD den Zahn zu ziehen. Und heute möchte ich mit ihm darüber reden, warum du dich für ein Jura-Studium entschieden hast und warum sich jemand anderes dafür entscheiden sollte. Ja, hi Daniel. Also vielen Dank für die Einladung. Motiviert Studiert, finde ich, ist ein gutes Projekt. Und ja, motiviert Studieren ist, glaube ich, auch die beste Lösung, um ein Studium gut hinzukriegen. Motivation hilft. Ich hatte für ein Jura-Studium immer eine riesige Motivation, weil ich finde, dass es eine tolle Disziplin ist, wo man wirklich viele Berufsfelder erschließen kann. Als Jurist lernt man vor allem logisch, strukturiert zu argumentieren und es gibt, ich meine, tolle Berufsfelder vom Rechtsanwalt bis zum Richter, bis zum Staatsanwalt, die klassischen Berufsfelder, aber eben auch Verwendung in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und das fand ich immer gut und spannend. Und ich habe mich, ja, immer fürs Jurastudium entschieden und ich habe auch immer gesagt, ich will als Beruf nicht Berufspolitiker werden. Politik ist für mich kein Beruf, sondern Jurist. Das ist das, was mir wichtig ist und deswegen habe ich super gerne in Greifswald Jura studiert. Was musste man als Jurist mitnehmen, um überhaupt das Jurastudium erfolgreich abzuschließen? Was ist so das, was jemand können muss, wenn er dann sich für ein Jurastudium entscheidet? Naja, es gibt ja oft so das Vorurteil, man würde als Jurist Gesetzestexte auswendig lernen oder sonst was. Ich habe nie großartig etwas auswendig gelernt, ja. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten meinen Jagdschein gemacht, da musste ich mal wieder ein bisschen was auch lernen, ja. Multiple Choice, was kann ich aus dem Jurastudium gar nicht, sondern bei uns ist es immer so, einer meiner akademischen Lehrer hat den schlauen Satz über das Jurastudium gesagt im ersten Semester, Lernen Sie weniger, verstehen Sie mehr. Und das ist es auch. Also es geht darum, ich jedenfalls habe nie viel auswendig gelernt. Mir tat es auch immer manchmal leid, ich habe viele Kommilitonen gehabt, die waren fleißig im Lernen und die haben gebüffelt ohne Ende. Und da hat sich der Lernerfolg nachher nicht wirklich eingestellt und die Noten waren nicht so berauschend. Und bei mir war es immer so, mir hat im Jurastudium geholfen, lesen, lesen, lesen. Die große Passion für Verfassungsrecht zum Beispiel habe ich auch entwickelt, als ich angefangen habe, die wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu lesen. Sie zu verstehen, zu sagen, was ist der Sachverhalt, wie wurde entschieden, wie wurde argumentiert. Und Jura ist in gewisser Weise eben auch ein Handwerk, wo man sagt, da geht es auch darum, dass man Methoden versteht und gut und logisch argumentiert. Und wenn man fragt, was muss man mitbringen, dann glaube ich, sind zwei Fächer in der Schule besonders wichtig, die immer oft als gegensätzlich gelten. Ich würde nämlich sagen, Deutsch und Mathematik, ja beide, weil in beiden ist ein Punkt nämlich wichtig. Deutsch braucht man zuallererst und ist vielleicht auch das Wichtigste. Man muss präzise und gut mit Sprache umgehen können. Als Jurist muss man es auch schaffen, also mit Sprache zu argumentieren, dass es im Prinzip, wenn ich in dem Handwerksbild bleibe, ist eben Sprache unser Werkzeug. Und damit muss man gut umgehen können. Und ja, mit Mathe, das überrascht jetzt vielleicht, dass ich es sage, weil ich habe das immer wieder auch gehört, viele sagen, ja, ich habe Jura studiert, da ist nichts mit Zahlen und es gilt ja immer der Satz Justitia non calculat, Justitia rechnet nicht. Und sicherlich rechnet sie auch nicht, aber wenn man Mathe gut kann, glaube ich, liegt das vor allem daran, dass man abstrahieren kann und dass man gut darin ist, sozusagen eine logische Gleichung aufzubauen. Und am Ende, sage ich, eine gute juristische Argumentation ist am Ende auch immer wie eine mathematische Formel, ja. Da muss man es auch schaffen, kleinteilig zu zerlegen, logisch, stringent zu argumentieren. Und man kann jetzt sicherlich auch ein guter Jurist sein, wenn man nicht die berauschendsten Mathe-Noten hatte. Aber ich glaube, wenn es darum geht, welche Kompetenzen man lernt, dann sind die Kompetenzen aus Deutsch und aus Mathe besonders wichtig, weil man muss gut mit Sprache umgehen können, man muss logisch denken und argumentieren können. Und ansonsten, Geschichte und Politik als Fächer schaden sich ja auch nicht, weil ein allgemeines, auch politisches Interesse ist sicherlich nicht schädlich, weil ein Interesse an Staat schon wichtig ist, weil Recht ja immer Staatsgemacht ist. Was kannst du dazu sagen, wenn jemand vor der Entscheidung steht, an welche Uni ich gehen soll? Ist die Uni überhaupt wichtig? Oder was kannst du dahinter sagen, was für jemanden hinterher am besten ist, um dann sozusagen deinen Traumberuf zu bekommen? Also ich stand ja selbst vor der nicht einfachen Frage, welche Universität wähle ich. Und ich hatte ja ehrlicherweise erst überlegt, an eine der renommierteren, größeren Universitäten zu gehen. Heidelberg zum Beispiel, München, die Humboldt-Uni in Berlin ist, finde ich auch sehr gut. Und ganz oben mit auf meiner Liste war zum Beispiel auch die Bucerius Law School in Hamburg, die eben eine private Hochschule ist. Aber letztlich war für mich dann entscheidend, politisch auch, hatte ich mich damals schon engagiert und Angela Merkel selbst hat mir damals gesagt, Mensch, wieso bleiben Sie nicht eigentlich bei uns in Vorpommern? Das ist doch auch eine gute Sache. Und ich habe Greifswald natürlich auf dem Zettel gehabt, muss aber auch heute sagen, ich habe das keine Sekunde bereut, auch an einer kleineren Universität Jura zu studieren, weil am Ende kommt es jetzt nicht so darauf an, was ist sozusagen, wie schön ist die Bibliothek und wie weich ist der Boden, auf den man sich setzt, sondern es geht darum, hart anstrengen muss man sich überall und deswegen, das geht an kleinen Universitäten auch sehr gut. Ich habe zum Beispiel in Greifswald sehr früh eigentlich die Professoren gut gekannt, war an der Uni sozusagen auch schon als studentischer Mitarbeiter und ich fand das kleine Beschauliche eigentlich ziemlich gut und am Ende ist es im Jurastudium auch so, es ist nicht nur entscheidend, an welcher Uni man ist, sondern dass man eine gute Staatsexamsnote erzielt. Das ist das, was schon wichtig ist und das kann man vor allem, indem man Jura versteht und ich glaube, man merkt dann sehr schnell in Gesprächen nicht, an welcher Uni irgendjemand war, sondern ob er Jura kann oder nicht. Hast du jemals Nachteile bisher davon gehabt, dass du jetzt nicht an einer der großen Renommierten warst, sondern jetzt in Greifswald, also ganz ehrlich? Also für mich persönlich war es im Grunde nie so, weil ich schon immer eine gute Wissenschaftsvernetzung auch hatte. Also ich bin schon als Student auch oft dann auf Tagungen gewesen und habe da in der Wissenschaft auch einen Austausch gesucht und Greifswald ist ja innerhalb der Rechtswissenschaften ein recht bekannter Ort und ich würde sagen innerhalb Ostdeutschlands mit jedem Fall einer der besten Fakultäten für Jura und auch ansonsten ganz vorne bei den Kleineren und viele sehen das auch als sympathischen Standort und am Ende schadet das auch nie. In der Wissenschaft hat mich sozusagen das Studium in Greifswald nie davon abgehalten, auch jetzt als Abgeordneter Superverhältnisse zu haben zu Professoren etwa aus Berlin oder aus München. Letztlich muss man das für sich entscheiden. Ich glaube für den akademischen Mittelbau und für Habilitation und so, da kann Greifswald noch ein bisschen aufholen von den Bedingungen, aber unterm Strich ist es ein guter Ort auch für Forschung und wir haben in den letzten Jahren auch sehr renommierte Juraprofessoren gehabt, die etwa wie Wolfgang Jügs, der viel zu früh verstorben ist, oder eben mein Doktorvater Klaus-Dieter Klassen, das sind alles Leute, die auch Greifswald deutschlandweit einen guten Klang geben innerhalb der Rechtswissenschaft. Super, vielen herzlichen Dank Philipp Amthor. Das war eine großartige Zusammenfassung für euch da draußen, damit ihr wisst, solltet ihr Jura studieren und wie man vor allem in jungen Jahren an einer kleinen Uni es trotzdem ganz, ganz weit bringen kann. Vielen Dank Philipp. Ja, danke und seid nie zu schüchtern, sondern traut euch was zu und auch in Greifswald und an den kleinen Unis, da kann man tüchtig was bewegen. Alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal.